Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem aktuellen Energie-Video. Heute aus Leverkusen, aus dem Haus meines Vaters. Und nochmal mit verwischtem Hintergrund, denn ich habe es noch nicht geschafft, hier ein richtiges Studio einzurichten. Wir haben heute den 31. August 2024 und gestern, ja, so gegen Mittag, erreichte uns mal wieder aus dem Nichts unangekündigt ein Sonnensturm. Er ist zwar nicht sehr stark gewesen, ich habe auch nicht viel davon mitbekommen, weil ich so, wie immer, wenn ich auf Tour bin, viel Begegnungen hatte. Viele Begegnungen hatte, Herzensbegegnungen. Ich habe sie mit euch geteilt in meinen Social-Media-Kanälen. Aber ich habe schon gemerkt, dass die Emotionen mal wieder am Anschlag sind. Also im Moment merke ich in den letzten Wochen, dass die meisten Auswirkungen der aktuellen Sonnenstürme, und wer nicht weiß, was Sonnenstürme sind, ich verlinke mal hier ein Video, aber wie immer auch unten in der Videobeschreibung ergänzende, erklärende Videos. Dass die aktuellen Sonnenstürme wirklich hauptsächlich unseren Emotionalkörper treffen. Dass wir wirklich extrem aufgefordert werden, uns unsere Emotionen anzuschauen, die darunterliegenden Verletzungen und all das, was uns quasi die ganze Zeit quält. Es kommt an die Oberfläche und ich bin nicht die Einzige, die davon berichtet, wie heftig das im Moment ist. Ich habe das mit Anaibia in der letzten Monatsvorschau für September schon gesagt, habe ich gestern veröffentlicht, könnt ihr euch auch sehr gerne anschauen. Wir sind aufgefordert, wirklich gerade emotional ein Auge im Sturm zu sein. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht immer einfach ist. Wie gesagt, es gibt dieses schöne Sprichwort, wenn du glaubst, du bist erleuchtet, dann verbringe ein Wochenende bei deinen Eltern, wenn du sie noch hast. Ich habe noch meinen Vater und das ist knackig da, eben auch mit dem Partner, mit der Familie, mit den Freunden, immer wieder hinzuschauen, sich nicht in ein Drama hineinziehen zu lassen. Das sind echte Meisterprüfungen. Wir haben, wie gesagt, jetzt im Moment, ich nehme das Video am Morgen auf, immer noch einen KP5. Auf der Magnetfeldskala gibt es vom KP1 bis KP9 die Messwerte. Wir sind im oberen Mittelfeld. Es ist jetzt noch kein heftiger Sturm, aber wie ich es immer wieder in letzter Zeit sage, das Erdmagnetfeld ist so schwach, dass wir auch die mittelprächtigen Stürme ziemlich intensiv abbekommen. Das bedeutet, es gerät jetzt wieder viel in uns in Wallung. Und natürlich ist es nicht nur eine geistige Prüfung, so ein Sonnensturm, sondern ich sage es immer wieder, weil ja auch immer die neuen Menschen ins Feld kommen, in meinen Kanal finden. Schön, dass ihr da seid. Ein Sonnensturm wirkt sich eben auch körperlich aus auf die Schwachstellen, die wir haben. Das können alte Wunden sein, alte Verletzungen. Viele spüren es in den Narben, ähnlich wie die Wetterfühligkeit auf das irdische Wetter. Manche spüren es eben im Herzbereich, im Kopf, andere wieder im Magen-Darm-Trakt. Es hat Auswirkungen, das ist seit über 100 Jahren schon bewiesen, wissenschaftlich bewiesen. Und ich war erstaunt, als ich heute Morgen, weil ich in der Nacht gedacht habe, irgendwas ist wieder im Gange. Und ich war um vier Uhr wach und bin seitdem wach. Ich habe schon gespürt, da ist was und dann schaue ich immer in den Messdaten nach. Ja, jetzt haben wir den Sonnensturm. Ich dachte, er kommt morgen oder übermorgen, denn für mich fühlt es sich so an, als käme da wieder eine Welle. Also vielleicht fließt es dann auch ein bisschen ineinander. Deshalb jetzt mal wieder dieses Video, dieses aktuelle Update. Schaut einfach, dass ihr präsent seid, dass ihr wirklich, Entschuldigung, Quack, Quack, der Frosch am Morgen, dass ihr gut für euch sorgt, dass ihr dieses Wochenende so entspannt wie möglich nehmt. Hier in Leverkusen im Rheinland ist es wunderschön, es ist blauer Himmel. Der Sommer nimmt nochmal so richtig die Farbe auf am Himmel und schenkt uns Wärme. Also lasst uns das Wochenende wirklich zutiefst genießen. Sollte da nochmal eine Welle kommen, sind wir auf jeden Fall, wenn wir im Genussmodus sind, viel, viel stabiler und stärker. Dann gibt es auch Anzeichen dafür, dass jetzt mit dem Neumond am 3. September vielleicht nochmal ein Flair kommt. Also wir hatten jetzt gestern einen M3-Flair, das ist auf der Skala der Sonnenauswürfe. Wiederum auch im mittleren Bereich, weder sehr schwach noch sehr stark. Aber auch das kann, wenn ein Auswurf aus Plasma mit dem Sonnenblitz, der gestern ankam, hinterher schwingt, dann eben um den Neumond herum auf die Erde treffen. Und gerade bei den starken Mondphasen, Neumond und Vollmond, ist der Mond auch noch ein Verstärker für die Sonnenaktivitäten. Ich bin neugierig, was da kommt. Also wenn jetzt morgen, sprich am Sonntag, dem 1. September, nichts Aufregendes kosmisch passiert und ein Update nötig wird, dann möchte ich seit zwei Wochen ein wundervolles Video mit meiner lieben Herzensfreundin Susanna Sutter veröffentlichen, das wir aufgenommen haben. Da geht es darum, spirituell, Single, glücklich. Ein Klartextvideo rund um Beziehungen und was man sich alles anhören muss, wenn man spiritueller Single ist, das ist manchmal ganz schön. Ja, manchmal ist es lustig und manchmal auch nicht. Da haben wir ein Video zu gemacht und dann gibt es natürlich auch wieder ein Portal-Tag-Video. Ich meine, es ist auch am 3. oder 4. September wieder ein Portal-Tag. Ich habe ja mit Anaibia in Österreich schon die ersten Portal-Tag-Videos aufgenommen. Im September gibt es sage und schreibe sechs Portal-Tage. Und die Energien sind so hilfreich, um uns wirklich immer wieder weiterzuentwickeln. Generell ist auf der Erde, ja, alles sehr fragil, alles sehr instabil. Und so fühlen sich die meisten Menschen auch. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch diesen Sonnensturm wirklich als Aufschwung nimmt. Und wir sind nach meinem Gefühl immer noch mitten im Quantensprung. Viele stehen in den Startlöchern für Dinge, die sie schon lange, lange machen wollen. Viele spüren, dass es in ihnen brodelt und dass sie etwas herausbringen wollen, wie bei einer Geburt. Also man kann ja auch mit Projekten, mit Zielen und Träumen, Wünschen schwanger sein. Und das fühlt sich an, als gäbe es da wirklich nochmal einen Schubser seitens des Universums, seitens der Sonne, damit wir alle wirklich noch mehr in unsere Kraft kommen, noch mehr in die Puschen kommen. Ja, das ist wirklich der Aufstieg mittendrin, der Wandel mittendrin. Vielleicht kommt auch nochmal eine Matrix-News, ich muss mal reinspüren. Aber wenn ich auf Tour bin, ist das natürlich etwas schwieriger, als wenn ich zu Hause in meinem Setting bin, in meiner Entspannung bin. On Tour zu sein bedeutet immer, ja, im wahrsten Sinne, den ganzen Tag auf den Beinen zu sein und Begegnungen zu haben. Also, zusammengefasst, wir haben noch einen Sonnensturm, der uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen an diesem Tag, am Samstag, aufregen wird. Vielleicht flaut es dann nochmal etwas ab, aber die Prognose ist eben, in zwei, drei Tagen kommt nochmal eine Energiewelle, wie auch immer sie sich auszeichnen wird, was auch immer sie für Energie mitbringt, das werden wir spüren. Ich werde euch meinen Social-Media-Kanälen auch sehr, sehr gern auf dem Laufenden halten. Und ich wünsche uns einfach ein schönes, friedliches letztes August-Wochenende. Der August war ganz schön anstrengend, vor allen Dingen emotional. Hm, der September, wir sind in einer Maya-Kalender-Sturmwelle, in einem Sturmjahr. Und wir dürfen uns stabilisieren. Ich werde unten Videos verlinken, wie du dich stabilisieren kannst. Meditation ist wundervoll. Ich habe heute Morgen in dieser wunderschönen Sommer-Morgensonne wieder ganz viele Blüten fotografiert, genossen, dran geschnuppert. So viele Wildrosen sind jetzt noch in der Blüte. Also, das ist das stärkendste, nährendste, was wir tun können. Ich mache jetzt noch ein bisschen Gartenarbeit mit meinem Vater und werde dann meine Freundin Glicker in Mönchengladbach besuchen. Mein Haar etwas wieder aufhübschen lassen. Und das sind alles Dinge, ich erzähle das nur deshalb, weil ich euch immer wieder mitteilen möchte. Schöne Sachen, die uns glücklich machen, machen uns kraftvoll, stabil und stark. Und so können wir die Wellen viel einfacher reiten, als wenn wir sie instabil, fragil, zerbrechlich, jammernd erleben. Denn dann könnten sie uns eventuell umhauen. Also, bleib dran, bleib stabil, bleib in deiner Mitte, sorg gut für dich, fühl deine Selbstliebe und dann wird das ein einfacher Sturm sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. In Liebe, deine Sonja Ariel. Ciao.